so ich habe meinen werkzeugkasten oder der war ja letzt mal nass jetzt habe ich ja sieht man die konstruktion die möchte ich noch mal zeigen normalerweise habe ich dieses ding da jetzt zwischen gehabt schon paar mal wahrscheinlich schon jahre wieder das ding habe ich umgebaut hier abgeschnitten damit da mehr reinpasst aber den nehmen wir heute mal weg den habe ich nämlich verlegt er ist auch schon getrunken jetzt diese hier hier sind die müsse drin und hier ist es hier noch mal eine kleine wie das stabilisiert wurde dämmatte hier ist auch noch mal dämmatte hier ist das schon geklebt das kleine highlight an der sache ist hier ist ein kleiner kabelbinder ja der ist hier fest jetzt musst du irgendwas zeigen was du gar nicht mehr weißt dann nehmen wir dann die muss die 8er angenommen das ist die achter die kommt dann hier so damit das nicht immer 16 9 jetzt als beispiel die kommt denn da rein damit das hier nicht zu immer zusammen kippt hier kippen die nüsse warum und so ist das jetzt stabilisiert von schwachköpfen für schwachköpfen